Game Keys, Game Cards, Gold und Credits, MMOGA, dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ja hallo Youtube, hier ist ja mal euer THC mit DOS mit jemand und einem kurzen coolen Infovideo. Und zwar der DLC für Battlefield 4, Second Assault mit 4 wunderbaren neuen Karten und sonstigen zu diesen Inhalten erscheint am 18. Februar für PC, PS3, Xbox 360 und zwar für alle Premium Nutzer. Alle anderen die nicht Premium haben, müssen bis am 4. März warten. Wie gesagt, Xbox One Nutzer könnt ihr schon nutzen. Das ist eine Eilmeldung hier und eine wichtige Info-Meldung in Klartext in 5 Tagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen guten Abend und wenn ihr noch mehr Infos zu Battlefield 4 und Co. haben wollt, abonniert mich kostenlos, liked das Video und teilt es euch an Freunden. Euer THC mit DOS mit jemand und guter Laune für Battlefield 4 Second Assault. Das ist eine Eilmeldung hier. Was ist das? Vielen Dank.